Das aktuelle Wetter in Kurzform heute am 22. August 2024. Es ist 8.31 Uhr, wir haben 24 Grad, leichten Wind. Ich würde sagen, leichte Quellwolken am Himmel, ansonsten auch viel Blau zu sehen. Höchstwerte werden heute wieder erwartet um die 28 Grad. Tiefstwerte waren es heute Nacht 22, Wassertemperatur 23 Grad. Um 7.33 Uhr war Sonnenaufgang, um 20.32 Uhr ist Sonne in Untergang. Zu den Zeiten um 9.48 Uhr ist Niedrigwasser, um 16 Uhr dann wieder Hochwasser. Ja, und das komplette und ausfällige Wetter mit dem passenden Wiegel dazu, das könnt ihr gleich hier anschließend sehen. Zum Schmacken Ok. Vielen Dank.